mann ohne spaß was sind denn das alles für kackwurstchen mann willkommen zurück ihr kleinen lobis bei mir lobius zu einer runde minecraft skywars und was ganz besonderes wie gesagt im letzten video wir machen jetzt eine kleine challenge und zwar kommt die von ritaro und er hat mir vorgeschlagen ich soll mit dem mushroom kit spielen ja ich darf aber mein essen nicht regenerieren ich darf die pilzsuppen ausschließlich dafür verwenden um meine herzen zu regenerieren also ich darf nichts essen und es wird dadurch noch schwieriger weil wir in der dreierrunde gehen deswegen probieren wir das einfach alles mal aus mal gucken wie das so läuft ich glaube mir halt den ganzen stuff ich bin auch in so eine scheißrunde gerade reingegangen wo ich einfach richtig low bin es wird richtig schwer einfach jetzt hier zu kämpfen weil ich nichts habe und wie ihr schon seht ich spiele gerade mit meinem texture pack mit meinem default texture pack scheiße wie machen wir das jetzt am besten und leute wenn es euch wie immer gefällt lasst einen daumen da ich probiere jetzt einfach mal mein bestes so hart equipped alter ja genau ich will auch keine blöcke soll ich in den tod gehen oder was nein nein so leute jetzt sind wir in der neuen runde aber diesmal fortress wo ich ein bisschen stuff abgreifen kann los die finger davon alter so wir haben auch direkt ein gutes schwert kleine abstauber junge was ein halbes herz ohne spaß ne man ist ja mit diesem mushroom kit wenn diese teammates mal zusammenhalten würden oh geil konnte ich mir noch güntern alter und uns jetzt direkt darüber leute und dann güntern wir uns die mitte ohne spaß was ist passiert oh meine dpi ist gerade hochgegangen alter ich habe mich gerade so richtig verjagt ich habe schon gedacht ich bin kurz vorm sterben oder sowas so mal gucken wie das ankommt leute bei euch und mal gucken ob es überhaupt schwer ist ja vielleicht wollt ihr ja nächstes mal auch was schwierigeres sehen anstatt sowas das ja noch ein bisschen leicht gehalten oh da haben wir den oh oh schlick leute ohne spaß ne dass ich hier schon wieder für paras schiebe ich wette ich werde verkacken hundertprozentig 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 ferr'n hнал hundertprozentig hull so lange da für hingearbeitet on the next round is oh geil bringt zwar nicht sehr viel aber hat schonmal 5 attack damage das bringt mir schonmal viel mehr als so ne lausige effizienzpickacke die 2 angriffsschaden macht nein oh Oh, oh. Nein. Oh, nein. Oh, nein. 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 Nicht schon wieder. Nicht. Was ist denn los mit den Menschen? Alter. Wieso gibt man mir so eine schwere Aufgabe, die ich nicht erfüllen kann? Oh Gott. Zurück. Zurück. Johannes, geh zurück. Oder Lennart, wie du auch immer heißt. Leon. Bleib bloß weg. Ist das unser Teammate, der da oben steht? Ja, ist er. Junge, wieso sneakst du denn auch? Nein. 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 Oh. Mann, ohne Spaß. Was sind denn das alles für Kackwurstchen? Mann. Ich hoffe, er hat es gemerkt. Wieso lockt er sich denn aus? Was habe ich denn falsch gemacht? Ach du heilige Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Was? Wieso, Mann? Oh, Mann, Alter. Oh, geil. Leck mich fett. Jetzt komme ich, Leute. Jetzt bin ich da. Oh, ich rack ja gar nicht. Scheiße. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, nice. Endlich mal kompetente Teammates, Leute. Nach so viel Failversuchen. Echt. Es wird jetzt langsam mal Zeit, dass ich jetzt mal Glück habe. Ohne Spaß. Ich kann nicht mehr sprinten, Leute. Okay. Wo ist der jetzt? Der hängt noch da hinten. Ey, das ist der letzte, Leute. Alter. Mach ich jetzt YOLO. Ich habe einen Spieler getötet. Es war ja keine Anzahl an Spielern, die ich töten soll darin. Deswegen juckt mich das nicht. Alter. Geil. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Du kleiner Pimmelberger. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht. Ja. Lovios, mach den letzten Kill rein, Leute. Nice. Oh, Hex. Ja, wahrscheinlich ich mit meinem Pilzzuppen, den ich mal spritten kann. Leute, das war's mit der Challenge. Stellt mir in den Kommentaren weitere Challenges. Und dann würde ich sagen, bis morgen, habt noch einen schönen Tag. Und hoffentlich gleich beim Stream. Tschüss.